Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von, jetzt wollte ich was Foundation sagen, zu Fable Dome. Mensch, das gibt es doch nicht. So, wir sind dabei ein Steinlager zu bauen, leider an einer sehr unglücklichen Stelle. Ja, das werden wir später nochmal ändern, hoffe ich. Und eine Lagerstätte habe ich auch gebaut, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob die jetzt eher in Häusernähe soll oder in Produktionsstättenähe. Ja, ich weiß es leider nicht. Wir werden sehen. Ja, das wird sich wahrscheinlich einfach zeigen irgendwie. Ich achte mal drauf, was die denn mit der Lagerstätte überhaupt machen. So, was machen die da gerade? Oh, da regnet schon wieder. Das ist der Steinbruch. So sieht das Ganze aus. Schön. Ja, das ist natürlich, wow, das ist ätzend. Oh Gott, die armen Leute. Das tut mir richtig, richtig leid. Oh, wenn es automatisch speichert, ruckelt es immer kurz einmal ein bisschen. Nicht schlimm. Ähm, wohnt hier schon jemand? Nee. Also, wenn jetzt das nächste Mal Leute kommen, können die dort einen ziehen. Hier. Hier. Hier wohnt einer. Oh, wo ist denn die Frau hin? Sag mal, was los? Ah, ist die Frau abgehauen oder... Ich weiß nicht. Oder die Barschen da. Vielleicht irre ich mich auch gerade. Na gut. Hoffen wir mal, dass eben die Frau nicht abgehauen ist. So, was ist hier mit? Ah. Ah, guck mal. Da holt da neues Holz. Ja gut, aber dann... Wo konnte ich denn einstellen? Hier. Also, momentan werden wir da Holz lagern. Vielleicht sogar irgendwann Bretter. Sonst würde ich es jetzt erstmal weglassen. Wir brauchen natürlich auch eine Arbeit. Was haben wir hier? Ach so, die Bretter. Okay. Ja. Kommt her, Leute. Wir haben neue Dorfbewohner. Und hier können wir beanspruchen. So, wer wohnt jetzt hier? Die sind hier mit eingezogen, ne? Ah, schön. Die Mathilda und der Watcher. Leider kann man wohl nicht umbenennen. Das finde ich auch sehr schade. Man kann folgen. Uh. Kann man beim Dorfklatsch beobachten. Zuhören. Und sonst, was kann man noch machen? Finden und Haus wählen. Ich freue mich sehr über diesen Neuanfang. Oh. Ich bin so froh, dass normaler Brunnen so nah an meinem Haus geöffnet wurde. Ah, guck mal. Der ist happy, dass der Brunnen so nah ist. Ach, schön. Der wohnt auch hier scheinbar. Ah, guck mal. Wenn wir die anklicken, dann sehen wir auch gleich, dass Haus umrandet. Ich freue mich sehr über den Neuanfang. Das ist ja schön. Auch über den Neuanfang. Toll. Oh, sowas mag ich halt auch gerne. Wieder so liebevolle Details, ne? Okay. Wählt über das Übersichtsmenü ein Fabling aus. Übersichtsmenü. Was ist denn das? Das hier? Ne. Ah, da. Okay. Übersichtseinführung. Ist ein tolles Werkzeug, um euer Reich zu verwalten, was größer wird. Hier könnt ihr eine Übersicht aller Farblinge, Arbeitsplätze und von noch viel mehr erhalten. Wechsel zwischen den Tabs. Okay. Also hier haben wir die Arbeitsgebäude. Sehen wir, wie viele drin sind. Im Steinlager zum Beispiel ist noch niemand. Das geht ja gar nicht. Guck mal. Wir können hier einfach jemanden zuweisen, wie wir möchten. Dann könnte man wahrscheinlich gucken. Okay. Wer wohnt denn da dran? Da wohnt niemand. Und hier? Zum Beispiel die Mathilda. Hat die schon einen Job? Woher? Arbeitslos. Was hält denn die Mathilda hier von? Warte mal. Wenn ich jetzt sage, hier im Steinlager hätte ich gerne die Mathilda, weil die so nahe wohnt. Das geht. Ach, wie cool ist das denn? So was habe ich mir immer in anderen Spielen gewünscht, ne? Also in so vielen Aufbaustrategiespielen habe ich mir gewünscht, dass man einfach sagen kann, der, der da wohnt am nächsten Rand, soll auch da arbeiten. Und dann hattest du immer so was. Hier hat einer gewohnt, da hinten hat er gearbeitet. Hier hat einer gewohnt, der hat da gearbeitet. Das ist immer so furchtbar. Und hier kann man es ganz einfach machen. Also warum kriegt man es bei anderen Spielen nicht hin? Hier wurden, zumindest auf den ersten Blick, so viele Sachen ausgebügelt, die mich sonst so nerven. Finanzen haben wir auch. Okay. Schön. Finde ich voll gut. Okay. Und jetzt wird über... Achso, da sollen wir noch einen neuen Fabeling auswählen. So heißen unsere Leute übrigens. So, dann wählen wir doch einfach mal hier den Thomas. Geht das? Ach, hier. Nee? So. So, haben wir gemacht. Gut. Ist jetzt nicht so nötig. Kauft ein neues Gebiet. Ah, jetzt. Guck mal. Dann hätte ich wirklich gern das hier, ehrlich gesagt. Oder ist was... Was ist denn das? Oh, Eisen. Hier haben wir große Steine vorkommen. Hier haben wir sehr viel Fisch. Hier ist auch noch irgendwas. Da. Ach, das ist Steine vorkommen. Nee, wisst ihr was? Ich würde hier hin... Oh, eine Schweineherde. Ja. Oh, 100 Münzen. Ja. So. Dann würde ich eigentlich gerne das hier nochmal ändern. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie... Also, ich mach mal kurz Pause. Dann machen wir das nämlich hier lieber hin. So. Zieh noch einen Weg am besten. Oh Gott, wo ist denn das? Äh. M. Dort, ne? M. Nee. Mach ich anders. Dass es besser passt. Ja. Vielleicht noch hier rum. Okay, Wege ist manchmal ein bisschen seltsam. Wo man loslassen muss. So. Ähm. Und dann... Würde ich den hier am liebsten eigentlich abreißen. Geht das? Ich jetzt arbeite... Ja, tut mir jetzt leid, Mathilda. Ich weise dich gleich da hinten zu. Alles gut. Zerstören. So. Dann wird Mathilda jetzt einfach hier arbeiten. Oder wohnt jetzt jemand anderes näher? Was ist denn das hier eigentlich? Warum ist hier so ein Bild? John Garcia wäre noch näher. Nee, der ist schon Holzfäller. Okay, nee, der nicht. Du bist... Ja, die arbeiten alle schon. Das waren auch die ersten Bewohner, glaube ich. Familienoberhaupt ist der... Okay, dann nehmen wir da wieder die Mathilda. Ähm. Wartet. Ach, das muss erst mal gebaut werden. Das geht noch gar nicht. Das muss ja erst mal fertig sein. Wie wir das hier machen, weiß ich noch nicht. Ist das mein altes Haus? Ich lasse meinen Retainer in da. Hier, ja? Im ganzen Reich sind verschiedene Begegnungen verteilt. Diese Begegnungen können nur mit eurem Helden erlebt werden. Wir haben keine Helden. Ein altes, verfallenes Gebäude. Vielleicht befindet sich ja etwas Wertvolles darin. Okay, das geht aber noch nicht. Wir haben keine Helden. Da müssen wir erst mal gucken. Das war ein Finden. Ein junger Mann, der für uns kämpfen wird. Kann ich nicht den heiraten? Ich will gar keinen Prinzen heiraten, ehrlich gesagt. Ich hätte lieber irgendjemanden, der auch anpackt. Der auch was tut. Naja, gut. Vielleicht... Vielleicht kriegen wir ja noch einen Prinzen, der auch was macht. Und nicht nur redet. So, Besucher willkommen heißen. Ja, hier sind jetzt neue eingezogen. Ach, schön. Jean Rousseau und Hugh Ford. Mensch, das sind ja alles Namen. Klingen so gewichtig. So, ich baue mal noch ein Gehöft. Damit hier auch noch Menschen leben können. Einem der Brunnen ist hier. Das heißt, wir bauen einfach hier nochmal. Ja, das ist eigentlich ganz nett, ne? Ja, kann man nehmen. Bienenstock und Baum. Wollte schon sagen weit. Dafür vielleicht ein bisschen klein. Wir müssen mal ein bisschen sparen. Wir können uns nicht mal eine Taverne leisten. Das ist ja traurig. So, da wird der Steinbruch neu gebaut. Da müssen wir gleich gucken. Entschuldigt. Ich habe mir ein bisschen Kratzen im Hals gerade. Ich habe gerade was gegessen. Und zwar ziemlich schnell. Zwischen den beiden Folgen. Ja, zwischen der ersten und der jetzt. Weil ich einmal sofort weiterspielen wollte. Ich mache mal so. Ah, die Mabel ist es jetzt. Die wohnt doch auch da, oder? Warte mal, wo wohnst du, Mabel? Warte mal. Warte doch mal. So schnell unterwegs. So. Mabel. Oh, ja gut. Die wohnt ein bisschen weiter weg. Aber so weit am Ende auch nicht. Na gut. Geht noch. Können wir die umziehen lassen, ist die Frage. Das wäre auch noch interessant. Aber wenn ich sage, okay, Mabel wohnt schon weit weg. Ich baue da hier ein Haus. Und dann, ja, machen wir den Arbeitsweg kürzer. Na ja, mal sehen. Wir haben uns den Förster noch gar nicht angeschaut, ne? Na gut, da ist nicht so viel zu sehen. Aber dennoch mal angeguckt. So. Oh, und nun? Taverne Schankwirt. Mhm. Gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, die kostet 75. Da müssen wir, jetzt. Wird gerade sagen, müssen wir kurz mal warten. Manche Gebäude haben einen positiven Effekt auf die Attraktivität eines Gebietes. Dies wird durch die grüne Form angezeigt. Versucht dieses Gebäude so nah wie möglich an Wohngebäuden zu platzieren. Ja. Guck mal, das wäre doch eigentlich vielleicht sogar so. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich möchte das so haben. Warte mal. Wir müssen leider den Pfeil hier nochmal umswitchen. Oh no, I really like that building. Und hier haben wir was bekommen. Weil das passt einfach zu gut, ne? Das ist quasi, hier ist die Dorfschenke. Da können gleich alle bewirtet werden. Wo ist denn der Eingang? Ähm. Der wäre dort. Ja, so. Glaube ich. So. Da werden alle demnächst zusammenkommen. Ach, schön. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sogar hier eher den Weg machen. So. Einmal drumrum. Gut. Bin gespannt. Dann bauen wir hier noch zwei Häuschen. Dann können quasi diese sechs Häuser... Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Neun Häuser. Providieren. Ne, acht. Entschuldigung. Ich kann nicht mehr zehn. Es ist auch spät. Ich habe gerade eine, glaube ich... Warte mal. Von 15 bis 19 Uhr habe ich gerade mit meinem Freund, mit Zef, tatsächlich Dune, die Erweiterung gespielt, das Brettspiel. Das haben wir uns zu Ostern mal gemeinsam geschenkt. Wir machen immer Geschenke, die gemeinsame Geschenke sind. Damit sich auch keiner schlecht fühlt, weil er dem anderen irgendwas geschenkt hat, was er nicht mag. Deswegen suchen wir uns immer ein Brettspiel oder so aus, was man zusammen dann spielen kann und sich einfach, ja, halbe halbe quasi macht. Das war jetzt zu Ostern Dune die Erweiterung. Vice of X, glaube ich. I-X irgendwie so. Ähm, ja. Ja, das hat sehr lange gedauert. Super cool. Also Dune, das Brettspiel macht super mega Spaß. Hat aber super lange gedauert. Aber wirklich lang. So, wir sollen einen Getreidespeicher bauen. Ich nehme mal an, Gemüse in einem Getreidespeicher. Okay, also die Kürbisse gehen da auch. Dann würde ich das so machen. Da einen Weg hinzimmern. Huh? Ne? Ah, mit dem Wegen? Achso, ich kann es mir nicht leisten. Oh. Wir sind pleite. Das ist ja traurig. Musste ja passieren. Wir kriegen bestimmt gleich wieder Geld. Hoffe ich. Ganz ehrlich, da können wir doch mal ein paar Leute hinschicken, die da mal rumtrampeln. Das muss doch nicht Geld kosten extra. Wünsch. Na gut, warten wir mal. Hier oben sehen wir es ja. Ähm, was nehmen wir denn so ein? Erhaltung 18, Familienhilfe minus 5. Aber 33 in meinem Einkommen. Also Steuern sind nämlich 56, Einkommen am Ende 33. Das ist okay. Das ist, glaube ich, okay. Wir kriegen auch gleich wieder Geld. Das sieht man auch. Das ist sehr schön. Nächste Zahlung in einen Tagen. Sehr, sehr schön gemacht. So, da haben wir es. Ja. Ein bisschen schräg jetzt. Ist aber okay. Können das auch hier theoretisch runterziehen. Da wir hier... Na gut, lassen wir noch offen. Vielleicht kommt ja hier der Wald noch weg. Können wir eigentlich dem Förster sagen, wo genau er aufforsten soll? Ne, das macht er einfach okay. Ist okay. So, neue Besucher auch wieder. Ähm, das heißt aber... Ja. Ist auch schick. Ich finde die Gebäude so hübsch. So unglaublich hübsch. Ich hoffe, dass da auch noch viel bei Foundation... Also das fand ich ja bei Foundation so cool. Also jetzt abseits von diesem, dass sie selber sich Wohnhäuser gebaut haben. Ähm, fand ich ganz toll. Diese großen, ähm... Ja, diese Villen und, ähm... Ich weiß nicht mehr, wie das alles hieß. Diese Festungen, Kirchen und so. Die man so groß mit anbauten und so machen konnte. Das war schon ziemlich cool. Guck mal, hier haben wir jetzt noch einen großen, runden Tisch. Das würde hier eigentlich super hinpassen, ne? Zur Taverte. Wisst ihr was? Wir machen mal was. Wie gesagt, wir wollen schön bauen. Wir wollen hier was Schönes aufziehen. Mh, das ist mir zu groß. Vielleicht mit so einem Blumenbeet dazwischen. Oh, ja gut, das passt nicht ganz. Guck mal. Wir machen uns das mal hier hübsch. Äh, hier habe ich freigelassen vielleicht... Achso, naja, Weg wird schwierig mit dem Stein, ne? Ich dachte mir, wenn hier die Taverne ist, dass die quasi hier so ein paar Tische und so haben, wo die dann... Ja, wo es so aussieht, als würden die sich da hinsetzen können, neben die Taverne essen können. Fand ich irgendwie eine ganz schöne Idee. Wir bauen hübsch. Wir bauen nicht zweckdienig, wir bauen hübsch. Und hier mache ich auch noch einen. Oder? So. Okay. So. Sehr gut. Ich würde auch eigentlich noch gerne irgendwie um die Taverne rum vielleicht... Na, der ist ein bisschen sehr riesig. Zu klein. Vielleicht hier? Vielleicht hier. Guck mal, als Sichtschutz zu den Tischen. Hm. Na, hier passt es nicht so ganz, aber das ist okay. Das könnten wir auch einzeln machen. Ich gucke gerade mal, wie wir es am besten... Hier können wir drei einzelne machen. Ich gucke mal, wie die aussehen, ob das dazu passt. Wie gesagt, wir machen einfach schön. Ein Schankwirt brauchen wir auf jeden Fall noch. Das ist jetzt die Emma Isolda. Die ist unsere... Ja. Oh, Meilenstein erreicht. Wir haben jetzt ein Dörfchen. Uh, und wir kriegen mehr Geld. Roten, Gelde, Sägewerk, Pflanzen, Weizen. Uh, das geht aber gerade fix hier. Wir kriegen ganz viel Geld. Sehr schön. Ich mache mal langsamer. Das geht mir gerade zu schnell tatsächlich. Das hier mal runter. Nutzen die die auch? Das fände ich eigentlich ziemlich cool. Ich fände es schön, wenn das tatsächlich auch richtig genutzt werden würde. Ich würde das hier gerne noch verenden, glaube ich. Hm, einzelne oder zwei? Na, die sind teurer. Dann machen wir vielleicht einfach einzelne. So. Ich weiß, es bringt nichts. Okay, vielleicht doch. Vielleicht ein bisschen Attraktivität, aber ich finde es einfach schön. So. Dann. Was haben wir jetzt? Sägewerk. Das Sägewerk können wir hier dazu bauen, ne? Oh, das macht auch ordentlich Krach. Warte mal. Das ginge. Da werden wir auch keine Häuser hinbauen, denke ich. Dann haben wir das hier gut zentral zum Holzfäller. Fände ich ganz gut. So rum, ne? Mal so. Mach mal so. Ach nee, warte mal. Dann war, glaube ich, gerade der Gang. Na, mal gucken. Ha, 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 ha. Bauarbeit sollte, ne. Ach, guck mal, auch Prioritäten-Button gibt's auch noch. Ach, wie cool. Alles, was ein Aufbauspiel haben sollte. Coolen Meiler. Können wir auch dazu bauen, ne? Der wird doch auch mit Holz funktionieren, nehme ich an. Ja. Oh, verschlechterte Attraktivität. Ja. Dachte ich mir. Hm. Ah, unser Weg wäre hier. Den könnten wir hier ran bauen. So. So. Dann haben wir es einmal eingezäunt, quasi. Ähm, ich werde es nur runter machen. Ich drücke mal Escape, weil ich es runter machen will. Ist gar nicht nötig. Also funktioniert tatsächlich nicht. Aber guck mal, hier haben wir jetzt auch schon einiges an Holz gelagert. Vielleicht sollten wir hier auch eine Lagerstätte machen, ähm, für, für, für Stein. Können wir ja theoretisch hier... Ja, müsste irgendwo hier, ne? Oder machen wir es da ran? Mach es mal ran. Machen wir mal so, mit einem Abstand. Obwohl, so richtig gefällt es mir nicht. Warte mal. Ein bisschen anders. Ah, da geht nicht? Okay. Das Gebiet ist besitzt. Äh, kann ich mal... Nee, nicht die ganze. Ich will nur das da eigentlich. Warte mal. Ah, doch. So, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Okay. So. Hier haben wir das Sägewerk jetzt fertig. Okay, das geht. Guck mal, das sieht dann so aus, als würden wir hier zur Lagerstätte gleich das runterbringen. Die fertigen. Ach, schön. So, hier muss natürlich auch jemand arbeiten. Das macht jetzt die Mathilda Niesen. Die arbeitet dort. Da sind wir noch nicht fertig. Wir haben gerade sehr viele Bauprojekte auf einmal. Haben wir jetzt alles voll tatsächlich? Ähm, was ist hier? Ähm, Edemuth kann als Währung für besondere Aktionen und Gegenstände genutzt werden. Er beeinflusst auch einige Interaktionen mit anderen Herrschern. Aha. Soll ich mehr Häuser bauen? Wir machen mal noch ein Haus. Nicht so gegenüber. Warte, doch, da war die Tür, ne? So. Ne, das sieht genauso aus wie das andere. Das wäre doof. Ja, na, die Hündehütte steht ein bisschen blöd. Warte mal, ich mach mal selber. So, ein Hochbeet und ein Bäumchen dort. Sehr schön. Ist ja auch schnell gemacht. Also ist ja jetzt nicht so viel, dass man da drei Stunden steht. Ich finde das hier voll schön. Also ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ich finde das hier voll schön. Hm, vielleicht mach ich sogar da noch Blumenbeete jeweils hin. Aber dann kommt man nicht zu dem Tisch, ne? Ist auch schwierig. Ah, ich hab ne Idee. Das könnte klappen. Oder sieht das dann komisch aus? Sieht vielleicht auch komisch aus. Oder so. Hm. Ich werde ein bisschen rumprobieren einfach. Oh, auch schön. Vielleicht mach ich es auch da mit. Dann kommt man halt links und rechts noch vorbei. Aber erstmal lasse ich noch. Wir haben gerade nicht genug Geld tatsächlich. Wir müssen mal ein bisschen sparen. Ich mach mal ganz kurz ein bisschen schneller. Zum Geld verdienen. Grünmeiler ist noch nicht fertig. Okay. Nicht schlimm. Guck mal, jetzt fängt die da an. Ah, cool. Guck mal, da geht es sogar richtig durch. Ach, ich... Ach, schön. Würde ich auch gern bei den anderen mal sehen. Macht der hier auch gerade was? Guck mal, da kommt er gerade. Ja, da erntet er gerade. Ach, schön. Hm. Oh, ich bin gespannt bei dem... Oh, was ist denn jetzt los? Ähm. Oh, die müssen wir abweisen scheinbar. Ist noch nicht fertig hier. Ähm. Es ist Winter. Mensch, das ging ja schnell. Ähm. Jetzt haben die keine Kohle, ne? Oh je. Ja, jetzt ist dem bestimmt kalt hier mit den Ausrufezeichen. Denk ich mal. Oh je. Ja, Kohle fehlt. Oha. Hier, mach mal bitte ganz schnell hier. Priorisieren machen wir mal. Oh je. Ja. Ich hab nicht damit gerechnet, dass so schnell der Winter kommt. Ach du Scheiße. Hoffentlich hauen die uns jetzt nicht ab. Hm. Gemüse, Getreidespeicher. Ach so, hätte ich das hier auch noch einstellen müssen. Hier muss noch jemand arbeiten. Oh. Das hab ich nicht gesehen. Das ist der Gemüsespeicher. Und da ist jetzt unser Kohlemeiler. Da muss natürlich auch einer arbeiten. Schnell hin da. Der Hu-Word. Der wird da jetzt arbeiten. Oh. Jetzt aber. Jetzt aber Dali hier. Wichtin. Prinzessin Lenfier. Wichtin. Was für ein Kindergarten. Das ist unter meiner Würde. Zu eurem Unglück hab ich keine Anweisungen erhalten. Genießt die also. Ihr verdient es. Euer geheimer Wichtin-Partner. Wir kriegen 35 Kohle. Ja. Aber hier sind null. Wo sind denn die? Wo sind die 35 Kohle? Muss ich da vielleicht in einem Lager was drücken? Warte mal. Warte mal. Oh. Nee. So nicht. Wird ja abbrechen. Was abbrechen? Ich. Was hab ich denn hier gerade an? Guck mal. Irgendwas. Ach da. Ach Mensch. Hab ich nicht gesehen. Das muss ich irgendwo hinstellen scheinbar. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen Buggy mäßig. War das irgendwie komisch. Ähm. Ich das. Oh Gott. Das backt hier gerade extremst rum. Ich würde es gerne irgendwo hinlegen. Wo es nicht so stört. Ja. Okay. Das ging irgendwie nicht. Es steht jetzt einfach da rum. Okay. Okay. Das war gerade sehr seltsam. Ah. Jetzt steht er da. Das ist noch ein bisschen Buggy scheinbar. So. Jetzt können wir. Jetzt sind es nur noch fünf. Warum? Ich dachte 35. Hm. Oh. Guck mal. Jetzt ist der Wagen tatsächlich weg. Weil sie ihn abgebaut haben. Aha. So. Das Haus ist leider noch nicht fertig. Naja. Gut. Kohle wäre jetzt erstmal wichtiger auch. Ach guck mal. Hier können wir auch noch mal umändern. Mhm. Der braucht zwei Holz für eine Kohle. Okay. Dann würde ich mal. Wir haben ja hier auch ein Lager. Dann mache ich hier auch Kohle. Weil das hier in der Nähe ist. Ähm. Besucher geht gar nicht. Dann würde ich eher das hier eigentlich bauen lassen wollen. Oh. Es gab Einkommen. Sehr schön. Toll. So ein schönes Spiel. Gott sieht das schön aus. Hier guckt mal wie der Schnee da unten glitzert. Oh. Und hier. Eiszapfen. An den Gebäuden. Ach cool. Mega cool. Auch die Bäume. Seht ihr das? Also auch hier alles gefroren. Hier. Auch in den Zypressen. Cool. Wieder einfach sehr, sehr schöne Details. Wie ich finde. Ist der See zugefroren? Oh. Nee. Ich glaube gefroren ist er nicht. Voll schön. Haben die jetzt Kohle bekommen? Oh ja. Die Kohle wurde scheinbar. Die haben sich die alle genommen. Das stand da nur noch fünf. Ich glaube die sind alle direkt losgerannt. Und haben sich die Kohle gerade geholt. Ja. Sollen sie auch machen. Wie sieht es hier denn jetzt aus? Noch nichts. Ja. Da muss er ja auch erstmal Holz kriegen. Wir haben halt auch sehr viel gebaut. Hier ist auch nicht viel. Steht hier rum. Und das Sägewerk schnappt sich ja jetzt auch Holz. Ja. Da würde ich ja fast gern erstmal tatsächlich schließen. Damit vor allem erstmal Kohle hergestellt wird. Wir machen das mal kurz auf Glatteis hier. Ha. Glatteis. Wartels. Ja. Entschuldigung. Okay. Ach guck mal. Unser Pfeil ist ja gar nicht mehr da. Aber der sagt jetzt auch nichts mehr aus. Na gut. Lassen wir erstmal. Was haben wir denn noch? 15 Stücke Kohle herstellen. Und Bretter. Ach ja. Bretter sollen wir auch herstellen. Ja. Nee. Später. Ich will nicht, dass die alle sterben. Eine Bodengelde können wir uns gerade nicht leisten. Gut. Dann warten wir erstmal. Wir warten. Das kostet auch jedes Mal 100. Nee. Sogar 200. Ach du Scheiße. Okay. Wird scheinbar teurer. Wir sind mal 25 Minuten. Wir müssen aufhören. Na gut. Notgedrungen. Ach so schön. Oh Gott. Der Winter sieht ja noch schöner aus. Als der Sommer gerade. Es tut mir so leid, dass ich die ganze Zeit schwärme. Ich kann nicht anders. Gut Leute. Dann jetzt genug geschwärmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genauso sehr wie mir. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye.